Heute geht es um die vier wichtigsten Punkte bei den fünf Übungen der Swodanchigong. Das heißt, wenn du die fünf Übungen der Swodanchigong übst, dann arbeiten wir immer mal mit verschiedenen Akupunkturpunkten, die wir in den Übungen benutzen. Und es gibt über 365 Punkte offiziell Akupunkturpunkte im Körper, aber darüber hinaus noch jede Menge Special, also außerordentliche Akupunkturpunkte. Heute geht es wirklich nur um die Punkte, die du kennen solltest, wenn du dich mit den fünf Übungen der Swodanchigong auseinandersetzt. Los geht's! So, wir fangen an mit dem Jung-Schwen-Punkt. Ich schreibe dir die Namen der Punkte, falls du die mal schriftlich lesen willst, auch noch unten in die Beschreibung rein. Also der erste Punkt ist der Jung-Schwen-Punkt. Und der, ich habe dafür eine hervorragende Zeichnung angefertigt, der befindet sich unterhalb des Fußes, wie du sehen kannst. Und zwar findest du diesen Punkt, das ist der Nieren-Eingangspunkt, findest du diesen Punkt, wenn du hier dir, ich hoffe, ich schaffe das jetzt mal, wenn du hier dir den Fußballen anschaust, hier, und dann unterhalb des Fußballens eine Linie ziehst, genau in der Mitte. Du kannst auch sagen, die Fußsohle ohne Zehen, die Fußsohle, habe ich hier mal gezeigt, unterteilst du in drei Drittel. Und der Strich beim obersten Drittel, zwischen ersten und zweiten Drittel, da in der Mitte liegt der Jung-Schwen-Punkt, der Nieren-Eingangspunkt. Dieser Punkt ist ganz wichtig, den benutzen wir bei der Reinigungsübung nicht immer, aber kann man, wenn man fortgeschritten ist, für die Reinigungsübung benutzen. Dieser Punkt ist auch wichtig, bei der Übung stehen wir ein Baum, weil man sagt, bei der Übung stehen wir ein Baum, nehmen wir Nieren-Chi auf. Und das geht auch über diesen Punkt, dass Energie in den Körper aufsteigt, im Sinne der chinesischen Medizin, im Sinne vom Qigong. Und auch wenn wir nicht immer direkt mit diesem Punkt, mit der Vorstellungskraft arbeiten, das machen dann eher fortgeschrittenere Schüler, ist es doch wichtig, dass wir diesen Punkt von Anfang an kennen und wissen, dass das wichtig ist und auch im Zusammenhang damit, dass dieser Punkt nie zu kalt ist. Das ist ganz wichtig, weil wir dadurch unsere Nieren schädigen. Wenn wir zum Beispiel zu lange barfuß irgendwo über kalte Fliesen laufen, sind das nicht gewohnt, oder irgendwie nasse Füße bekommen und stundenlang da mit kalten, nassen Füßen irgendwo sitzen oder rumlaufen, dann schädigen wir oder stören diesen Punkt und darüber stören wir dann unser Nieren-Chi und können uns erkälten oder Gelenks-Knochen-Problematiken entwickeln auf Dauer. Und daher diesen Punkt zu schützen, und schützen heißt in den meisten Fällen trocken halten und wärmen oder warm halten, dass da kein Gefühl von Kälte ist. Das ist das Beste, was du mit diesem Punkt und für diesen Punkt tun kannst. Ja, aber wie gesagt, für Fortgeschrittene wird dieser Punkt dann auch immer wichtiger, weil wir dann mit der Vorstellungskraft auch arbeiten. Und ja, wenn du länger dabei bist, wirst du es noch erfahren. So, dann kommen wir als zweites zum Dantien. Auch diesen Punkt schreibe ich dir unten in die Beschreibung, falls du wissen willst, wie man das so schreibt in Pinien. Das Dantien befindet sich, dazu rücke ich mal wieder zurück, unterhalb deines Bauchnabels. Das heißt, such deinen Bauchnabel. Und jetzt ist es ganz spannend, dass Dantien, manche sagen, befindet sich zwei Finger breit unterhalb des Nabels. Manche Lehrbücher sagen, drei Finger breit unterhalb des Nabels. Und nicht Daumen, sondern wirklich, man nimmt dazu Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Oder halt Zeigefinger, Mittelfinger. Diesen Punkt brauchen wir zum Beispiel beim Einsammeln. Und damit wir denen, egal ob der nun zwei oder drei Finger breit unterhalb des Nabels ist, mein Gefühl ist, aus meiner Erfahrung, wenn man mich fragt, was meinst du denn, zwei oder drei Finger, dann sage ich zweieinhalb. Oder bei dem einen weiter oben, bei dem anderen weiter unten. Das heißt, das ist nicht millimetergenau. Und es ist auch kein Punkt, den du dir vorstellst wie ein Ein-Cent-Stück, sondern ist mehr ein Feld. Und es ist auch mehr innenliegend. Das ist jetzt kein Akkupunkturpunkt, zumindest meiner Ansicht nach, wie wir ihn im Schiebung nutzen, wie ein normaler Akkupunkturpunkt, wo du einfach eine Nadel reinstichst und dann kommt da Wirkung, ein, zwei Zentimeter unterhalb der Haut. Kann man auch so machen, aber so wie wir es benutzen, ist es wirklich mehr ein Feld. Stell es dir mehr vor, wie wenn du mit Daumen und Zeigefingern so einen Kreis machst. So ungefähr, so groß in diesem Bereich. Und dann wird auch die Aussage zwei oder drei Finger breit nicht mehr so wichtig sein. Und dass dieses Feld auch ein bisschen tiefer im Körper liegt. Dantien heißt übersetzt Feld der Perle der Unsterblichkeit. Und mit Perle ist zum einen natürlich dieses kleine Pünktchen gemeint, aber mit Feld meine ich halt diesen Bereich, in dem das Dantien zu Hause ist. Und wenn du beim Einsammeln richtig liegen willst, dann achte einfach darauf, dass deine Daumen auf Höhe des Bauchnabels liegen. Und dann werden automatisch deine Handflächen das Dantien gut abdecken und gut abschließen zum Einsammeln. So, das ist das Dantien. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das Danjung. Danjung kann man übersetzen. Dann wieder auch das Gleiche wie vom Dantien. Feld oder Bereich. Und Djung kannst du mit Mitte übersetzen. Also mittleres Feld oder auch Feld der Mitte oder Punkt der inneren Mitte kann man es auch nennen. So ein bisschen neu modern Deutsch. Aber ganz klassisch wird einfach gesagt mittleres Feld. Und man kann auch sagen, das Dantien ist das untere Feld, das mittlere Feld und das obere Feld wäre hier dieser Punkt zwischen den Augenbrauen, wo viele zu sagen das dritte Auge. Damit arbeiten wir aber erstmal bei den fünf Übungen nicht unbedingt viel. Wir kümmern uns mehr um den unteren Bereich, weil die Erfahrung im Qigong zeigt, wenn wir uns richtig gut ums Fundament und ums untere kümmern, Dantien und Dantjung, dann entsteht der Rest von selbst. Dass wir also möglichst aus meiner Erfahrung wenig mit dem dritten Auge direkt arbeiten, das direkt versuchen zu öffnen oder so. Sondern das sollte aus meiner Sicht ein Bereich sein, den wir mehr sich selbst überlassen und für den wir Voraussetzungen schaffen. Und dass wir sehen, wenn wir die nötigen Voraussetzungen unten schaffen, dann entsteht diese Öffnung vom dritten Auge, vom oberen Feld, ganz von selbst. Ich würde das nicht erzwingen. Es gibt auch Qigong-Meister, die würden sagen, Quatsch, es gibt geniale Übungen dafür. Ich weiß, es gibt viele Übungen für diesen Punkt. Und ich will auch nicht sagen, dass ich da Recht habe oder so. Das ist nur mein Ansatz, meine Philosophie, die ich so von meinem Meister gelernt habe und auch für sehr vernünftig finde, dass es Bereiche gibt, wo wir aktiv dran arbeiten, aber auch Bereiche, wo wir absichtslos den Bereich sozusagen einfach wirken lassen. Und wo wir indirekt, wir wirken ja trotzdem auf diesen Punkt, aber nicht direkt, sondern indem wir Dantien und Dantjung ins Gleichgewicht bringen und stärken. Und darüber wirken wir auf eine subtile, aber sehr weise Art, wie ich finde, auf diesen oberen Bereich. So, das Dantjung befindet sich genau in der Mitte der Brust. Manche sagen zwischen den Brustwarzen, aber im Alter kann es ja manchmal sein, dass die Herrentitten ein bisschen nach unten sinken, sagen wir es mal so, durch Weizenbierkonsum oder so. Und dann verschiebt sich das durchaus nicht. Und deswegen diese Ortsangabe mit Brustwarzen, in der Mitte der Brustwarzen, ist so, naja, manchmal halt nicht zutreffend. Da ist es schon besser, wenn man sagt, die Mitte der Brust. Aber man kann auch sagen, ist das die Mitte der Brust oder hier. Normalerweise gibt es einen Trick und das ist, wenn du, nicht als Japaner, die sagen, ich und zeigen auf ihr Nase, wenn du als Europäer sagst, ich. Und mit dem Zeigefinger auf die Brust tippst. Da, wo dein Zeigefinger ganz unbewusst drauf tippt und sagt, ich. Das ist normalerweise exakt der Punkt vom Dantjung. Ganz unbewusst. Ohne Zentimetermaß findest du das ganz genau. Und ja, das finde ich, ist die schönste Lokalisierung. Deswegen nenne ich diesen Dantjung-Punkt auch häufig den Ich-Punkt, weil man ihn darüber so gut findet. Ich. So, dieser Punkt ist auch ganz wichtig bei den fünf Übungen des Wudang-Chigong. Ist ein Verteiler-Punkt. Da geht es beim Dantjen zum Beispiel mehr darum, die Energiequantität, viel Energie. Und hier geht es mir um die Energie, grob gesagt, Qualität im Sinne von Verteilung der Energie. Mein Meister sagt, dieser Punkt ist ein bisschen wie ein Autobahnkreuz. Ist schnell Stau da, aber es ist wichtig, damit der ganze Körper, alle Organe genügend Energie. Und deswegen sagt man Dantjen, Haupteigenschaft speichern, hier Haupteigenschaft verteilen von Energie. Deswegen sind diese Punkte, diese beiden Zentren auch sehr eng miteinander. So, und dann haben wir zum Abschluss noch das Bai Hui, was für die Reinigungsübungen besonders wichtig ist. Und das Bai Hui befindet sich auf dem Kopf. Und zwar, wenn du von der Ohrmuschelspitze gerade nach oben gehst, auf den Scheitel. Und zwar ist das nicht ganz genau auf dem Kopf, sondern ein bisschen weiter dahinter liegen, ein bisschen zurück. Du kannst sonst auch mal den Scheitel entlang nach hinten gehen bei der Fontanelle. Und wenn du merkst, da ist bei den meisten ein empfindlicher Punkt, das ist dann meistens das Bai Hui. Aber keine Angst, nicht jeder hat da einen sehr empfindlichen Punkt oder eine empfindliche Stelle. Die beste Lokalisierung ist immerhin wie immer noch von der Ohrmuschelspitze nach oben zum Scheitel. So, und das Bai Hui heißt übersetzt bei 100 Hui Ausstrahlungen, aber auch Wirkung, Effekte in diesem Zusammenhang. So würde ich das übersetzen zumindest. Aber Hui direkt übersetzt heißt Ausstrahlung, also 100 Ausstrahlungen oder 100 Strahlen. Und das soll bedeuten, dass dieser Punkt ganz viele Bedeutungen hat, viele Wirkkräfte hat und auf viele Aspekte im Körper, im System wirkt. Unter anderem die komplette Motorik. Das heißt, nach Schlaganfällen oder wenn irgendwie die Motorik eingeschränkt ist, arbeiten wir sehr viel mit dem Bai Hui. Und gerade in der Akupunktur auch wird dann eigentlich immer das Bai Hui gestochen. Und auch bei solchen Dingen, die natürlich den Geist angehen. Das heißt, geistige Verwirrtheit, Konzentrationsstörung und so. Das heißt, bei allen geistigen Ungleichgewichten, da wird auch häufig das Bai Hui mit benutzt. Das sind so ein paar Beispiele, aber es gibt noch viel mehr Anwendungsbereiche für diesen Punkt. Und beim Qigong nutzen wir den, wie gesagt, bei den fünf Übungen des Wudang Qigong, bei der Reinigungsübung. Da spielt er eine zentrale Rolle. So wie bei der Naturübung, das Danjong im Mittelpunkt steht, meiner Ansicht nach, ist das bei der Reinigungsübung das Bai Hui. So, dann haben wir es geschafft. Die wichtigsten Akupunkturpunkte einfach nochmal auf den Punkt zusammen erklärt. Und für manche, die es interessiert, wie man das schreibt, einfach nochmal in Pinyin-Form unten in der Beschreibung zu stehen. Gut, ich hoffe, dir hat das heute gefallen, dich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Alles mal so geballt. Und ich würde mich freuen, wenn du das Video likest oder wenn du es auch teilst mit anderen, die auch diese Übungen praktizieren. Und wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Ciao.